Aber was erfindet denn sowas, einen Ozean aus Blut, Schweiß und Tränen, Tränen des Leides und der Freude, als die tiefsten Empfindungen der Existenzen. Heute ist der Himmel tatsächlich so klar, dass man tausende Sterne sieht, Orion klar und deutlich. Aber die Kamera wird das nicht zeigen können in der Dunkelheit.